Hallo, 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 ihr lieben, 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 herzlich willkommen zurück bei einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich habe lange überlegt, ob ich dieses Video machen soll, ja, weil die Asambeauty-Hundertüte wieder erhältlich war. Ich habe schon einmal ein Video darüber gemacht und, ja, dieses Video wurde einigen Leuten vorgeschlagen, viel mehr Leuten als meine anderen Videos und, ja, das Video haben demnach auch viele gesehen, die kein ASMR anlaufen, ja, weshalb es ziemlich schlecht angekommen ist. Also an alle, die nicht hier sind wegen ASMR, sondern wegen dem Inhalt der Tüte. Dieses Video kann vielleicht für den einen oder anderen etwas merkwürdig rüberkommen. Bitte schaut dann einfach in die Infobox, ich schreibe die Produkte rein und, ähm, da könnt ihr dann nachlesen, was in meiner Tüte drin war. Ähm, genau. Also, ich habe mich dann doch dafür entschieden, ne, weil ich es einfach selber super spannend finde und ich schaue mir gerne Unboxings an, auch im ASMR-Style, im normalen Style, wie auch immer, ähm, für all die, die dieses Video anschauen wollen, viel Spaß. Ich hoffe, ihr könnt entspannen und, ja, wir schauen mal in meine ASMR-Beauty-Untertüte rein. Ähm, also für all die, die nicht wissen, ähm, was das ist, ASMR-Beauty, das ist ein Online-Shop, wo es Kosmetikprodukte gibt und, ähm, ich dachte immer, alle drei Monate gibt's wieder eine neue Wundertüte. Allerdings mussten wir jetzt etwas länger warten. Ähm, hier sind, soweit ich weiß, sechs Originalprodukte drinnen und, ähm, man weiß aber nicht welche und sie hat gekostet 35 Euro, wobei ich einen Gutschein hatte. Ähm, der hieß gerade das 08 oder so. Und dann habe ich, äh, 20% Rabatt bekommen. Ja. Ja, und ich öffne sie mal, das ist wahrscheinlich etwas laut, ähm, deswegen schneide ich das kurz raus. Ähm, ich hab sie jetzt hinterher neben mir. Sie ist extrem schwer, also ich schätze, es sind richtig große Produkte drinnen. Ich zieh einfach nach und nach etwas aus. Okay, das hier ist ein, äh, Duschgel mit 500 Milliletern. Und, ähm, ihr wisst vielleicht, dass ich schon das ein oder andere Duschgel aufgebraucht habe. Wobei, war das ein normales Duschgel? Ich glaube, im letzten Monat habe ich eins mit Pistazia aufgebraucht. Und, ähm, ich glaube, das war eine Duschlotion oder so. Ähm, da habe ich gesagt, dass mir der Duft nicht so gut gefallen hat. Ähm, aber das Produkt an und für sich schon gut. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt eine Chai-Latte habe, weil ich wollte diese Duftrichtung schon so lange herausprobieren. Und Duschgel kann man immer gebrauchen, also ganz ehrlich. Also, das wollte mich schon mal sehr, und 500 Milliletter, das wird wahrscheinlich wieder ein halbes Jahr halten. Mindestens. Und ich finde, ähm, die Duschsachen sehr pflegend von denen, also die sind nicht so extrem austrocknend wie so manch andere. Und hier steht, dieses milde Duschgel mit Vitamin E und Feuchtigkeit, spendenden Inhaltsstoffen reinigt Ihre Haut besonders zampft und gründlich. Genießen Sie den aromatischen Duft von würzigen Chai-Latte und sinnlicher Vanille. Ich lasse das jetzt noch reingepackt, weil ich höre nicht, dass es schlecht wird. Aber ich freue mich sehr. Nächstes. Als nächstes habe ich hier die Vitamin C Glow Feuchtigkeitscreme mit Kurkuma-Extrakt. Und die soll die Leuchtkraft der Haut aktivieren und für ein glattes, ebenmäßiges Hautgefühl sorgen. Ähm, diese Creme hatte, glaube ich, mittlerweile schon jeder irgendwann mal in einer Tüte. Ich bislang noch nicht. Und ich freue mich sehr, dass ich sie jetzt habe. Ich benutze jeden Tag Vitamin C in Form von einem Serum. Ähm, ja. Freue ich mich drüber, kann ich nichts sagen. Und hier sind, ähm, 50 Milliliter drin. Also eine große Größe. Ähm, Forminar-Größe. Okay, so schaut die Creme dann aus. Vitamin C, Vitamin C, Vitamin C. Da freue ich mich auch sehr drüber. Als nächstes habe ich hier ein farbiges Styling. Spray, Color It Up, Spray Volume and Refresh. Und das ist die Brown Edition. Ähm, ich weiß nicht genau. Mit 0% Silikon von Ahu. Das ist die Haarmarke von denen. Ähm, was macht das denn? Das Spray für braunes Haar eignet sich als Trockenshampoo oder farbiges Styling Spray. Okay, braun passt auch perfekt. Ich, ähm, muss zugeben, ich verwende nicht sehr oft, ähm, Trockenshampoo. Aber, ja, da ist auch so eine Kugel drin, sodass man schütteln muss. Ähm, ich fand's mega cool. Jetzt kann ich's mal ausprobieren und, ähm, als Styling Spray auch verwenden, ne? Ja. Und von der Farbe her, perfekt. Freue ich mich auch drüber. Mal was ganz was anderes. Dann, habe ich hier, ähm, ein Hyaluron Repair Serum. Das ist parfümfrei, auch verträglich, dermatologisch getestet. Mit 100ml. What? Das ist, ähm, eine schützende Pflege zur gezielten Aufrechterhaltung einer gesunden Hautschutzbarriere. Dieses intensiv feuchtigkeitsspendende Serum kann die hauteigene Hyaluron- und Elastin-Synthese stimulieren. Ähm, Hyaluron-Säure, Ceramide, exotische Mangobutter und Moringa-Öl schützen und beruhigen die empfindliche, trockene und gereizte Haut. Die Haut wirkt aufgepolstert, gestrafft und geschmeidig. Und man soll es morgens und abends auf die gereinigte Haut auftragen und sanft einmassieren. Und weil, da bin ich sehr gespannt. Ich packe es mal raus. So schaut es dann aus. Und das ist echt ein riesen, riesen, riesen Ding mit einem Pumppspender. Also 100ml Serum. Das gibt es sonst nirgendwo, glaube ich, zu kaufen. Sonst sind es meistens 30ml oder vielleicht mal 50. Aber auch darüber freue ich mich wirklich sehr. Also ich muss sagen, bislang gefällt mir diese Tüte schon viel besser als die letzte. Die letzte war auch super, aber da war irgendwie nicht sowas mega Besonderes dabei. Und ich versuche vielleicht mal die Preise, die Originalpreise, wenn ich sie finde, mit einem Eil zu blenden. Okay, als nächstes ist ein Parfüm dabei. Violet, Violet. Oh, oh. Chic, oh. Kick, oh. Violette. Oh, Idee. Okay. Ähm. Ja, ich bin nicht so der allergrößte Blumen, blumiger Blumenduft Fan. Darum weiß ich noch nicht, ob ich das behalten werde oder ob ich das mal verschenke zu Weihnachten oder zum Geburtstag. Es sind auf jeden Fall auch hier 100ml drin. Und das ist echt eine Menge. Und hier steht der zeitlose Duft von Violet Orchid ist eine verführerische Mischung aus fruchtigen Und das ist ja nicht so der allergrößte Blumen. Ja, vielleicht, 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 vielleicht probiere ich das hier mal aus. Ich packe es mal aus. So sieht der Flakon aus. Ansonsten gebe ich es einfach meiner Mama. Ach, meine Mama, die mag sowas bestimmt. Der Duft erinnert mich an irgendwas. Ja, er riecht eigentlich schon ganz gut. Er geht halt in eine ganz andere Richtung, wie ich es sonst normal mag. Ich habe, glaube ich, nicht einen einzigen Duft der Blumig riecht, den ich halt so wirklich verwende. Ja, mal schauen, ist nicht unbedingt so in meine Richtung. Trotzdem ganz cool, dass es drin ist. Und jetzt das letzte. Ja. Leute, ich habe ein Peeling. Yay. Und jeder würde sich wahrscheinlich darüber freuen. Aber es ist wieder genau diese Duftrichtung, wie ihr beim Halbparfühen. Ähm, ja. Als Peeling ist es vielleicht gar nicht so schlecht, weil das Peeling ist an und für sich total gut. Und, ähm, ja. Ja, der Duft ist auch nicht schlecht, aber ist halt was ganz was anderes. Als Peeling vielleicht, ja. Da hat man den Duft jetzt nicht die ganze Zeit drauf, wie ihr beim Parfüm. Also, grundsätzlich muss ich sagen, dass diese Tüte einfach perfekt war von den Produkten, wenn diese Duftrichtung hier nicht unbedingt wäre, beim Peeling finde ich es jetzt nicht so schlimm, aber, ja, beim Parfüm. Und ich weiß, dass diese großen Peelings hier mit, äh, 600 Gramm schon gut ist. Und ich weiß, dass diese großen Peelings hier mit, äh, 600 Gramm schon gut ist. Und allein so 20 Euro kosten. Und, naja, die Tüte hat 30 gekostet. Also, echt, äh, mega, 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 mega gut. Ich freu mich total. Ähm, ich hab sogar noch eine Tüte bestellt, die ich meiner Schwester mitgeben möchte. Die ist aber heute noch nicht gekommen. Die wird, ähm, ups, morgen oder so kommen. Also, falls ihr die auch noch sehen wollt, dann würde ich die vielleicht auch unboxen, ne? Und, ähm, genau. Also, falls ihr das sehen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und, ja, ansonsten hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Und ich hoffe, dass ihr alle gute Vibes hier zurücklässt auf diesem Kanal. Also, nicht wie beim letzten Mal. Ähm, und wir sehen uns dann bei einem neuen Video ganz bald wieder. Macht's gut. Bye.